Du bist ein Niemand in Amerika, bevor du nicht im Fernsehen warst. Für ihren Lebenstraum. Sie müssen bereit sein, etwas zu tun, was normale Menschen nicht tun würden. Ich würde alles dafür tun, alles. Geht sie über Leichen. Ich möchte ganz herzlich meinen Mann Larry grüßen. Hey, du kennst meine Frau? Hallo, du Arschloch, tu's endlich! Gute Nacht, Schätzchen. Nicole Kidman. To Die For. Auf das Vierte. Auf das Vierte.